Hallo Freunde der Bleistiftzeichnung. Heute stelle ich euch mein neuestes Kunstwerk Ausflug vor. Das zeigt, wie ihr erkennt, ein Wiedehopf mit einem Jungen beim Ausflug. Inspiriert zu dieser Zeichnung wurde ich durch einen Besuch in der Nähe von meiner Heimatstadt Lumpenwalde. Denn der Wiedehopf ist ja sehr gut auf Truppenübungsplätzen zu sehen bzw. in einer Heidelandschaft. Er ist ein Spechtvogel und unglaublich inspirierend. Mit jedem verkauften Kunstwerk aus dieser limitierten Edition unterstütze ich den Naturschutzbund in Deutschland, dass unsere Natur weiter lebendig bleibt. Folge mir gern, wenn du auch die Natur unterstützen möchtest.